Tochen, Kimmich, Kahne, der FC Bayern im Dauerfeuer von Chefkritiker Didier Hamann Es gibt kaum einen TV-Experten, der den FC Bayern regelmäßig so scharf kritisiert wie Dietmar Hamann. Nach Trainer Thomas Tuchel erntete zuletzt auch Josua Kimmich heftige Kritik vom ehemaligen Nationalspieler. München, Dietmar Hamann, 50, ist einer der bekanntesten TV-Experten des deutschen Fußballs. Rückblick auf Hamanns jüngste Zurechtweisungen gegen die Bayern. Der ehemalige Nationalspieler, der in der Jugend des FC Bayern trainierte und bis 1998 beim Rekordmeister Deutschland spielte, gilt als kritischer Denker und ist für seine klaren Worte bekannt. In den letzten Monaten hat Sky-Experte Hamann den FC Bayern immer wieder kritisiert. Auch sein alter Verein hat es zuletzt wieder zu spüren bekommen. Werfen Sie einen Blick auf die jüngsten Angriffe des Bayern-Hauptkritikers, Didier Hamann und der Vorwurf der Jamere gegen Thomas Tuchel in den letzten Wochen stand vor allem Trainer Thomas Tuchel im Fokus von Hamann. Dies geschah auch nach dem Pokalspiel gegen den Tabellendritten 1. Die Entwicklung unter dem Bayern-Trainer sei nicht gut. FC Saarbrücken, 1 zu 2 Sie können die Spiele aufgrund mangelnder Defensivstabilität nicht kontrollieren? Sagte Hamann bei einer Medienveranstaltung am Donnerstagmorgen im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof und fügte hinzu, wenn ja, nicht so. Ich mache mir große Sorgen, ob es in dieser Konstellation klappt oder nicht. Auf Dauer wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Wenn man als Trainer nicht tun sie das nicht. Mir fehlt das Vorstellungsvermögen, ich wüsste nicht wie. Wenn sie keine Verbindung zu ihren Spielern haben, werden sie immer der zweite Gewinner sein. Es hat schlecht angefangen und jetzt wird es immer schlimmer. Einen vorzeitigen Abschied von Bayern Tuchel schloss Hamann am Donnerstag nicht einmal aus. Der Trainer könnte in ein paar Wochen oder Monaten gehen. Auch nachdem der Bayern-Trainer immer wieder die fehlende Tiefe der Mannschaft anprangerte, platzte der TV-Experte endgültig ins Wanken. Diese ständigen Beschwerden, ich kann wirklich nicht mehr zuhören, sagte der 50-Jährige in der Sendung Sky90 und kritisierte Tuchel für die Pläne der Mannschaft. Er kann sich der Verantwortung nicht entziehen. Und er kann sich nicht entscheiden, wen er will. Nur weil er Teil der Mannschaft ist. Des Übergangsausschusses. Damit nicht genug, nach den glücklichen Drei zu einem Sieg in der Champions League gegen Galatasaray Ende Oktober war Hamann mit der Spielweise der Münchner nicht zufrieden. In Istanbul gibt es viele Kürzungen, sagte der ehemalige Spieler. Dank ihrer individuellen Klasse finden sie immer einen Weg zum Sieg, doch wenn es um Spielfluss und Konstanz geht, lassen sie zu wünschen übrig. Nation Spielerisch sind sie RB Leipzig und Bayer Leverkusen, den beiden stärksten Gegnern der laufenden Saison, unterlegen. Spieler Nach viel Kritik sah sich Tuchel schließlich zu einer Reaktion gezwungen. Hamann sei im Moment ein bisschen außer Kontrolle, sie geht es mir, sagte der 50-Jährige lächelnd. Andererseits ist die Fernsehexpertise gewiss nicht wichtig genug, als dass wir uns darum kümmern, darauf reagieren und uns aufregen könnten. Das nächste Kapitel in der Fähde zwischen Tuchel und Hamann kommt bald. Didi Hamann greift Juswake mich an? Gehen ist ungewiss in der Vergangenheit musste sich Tuchel nicht nur Kritik von Hamann. Im vergangenen Jahr forderte der 50-Jährige sogar ein Eckballverbot für den Bayern-Mittelfeldspieler, denn genau dort muss er sich vor Konten schützen, sondern auch von Juswake mich anhören. Ohnehin fehlt dem Nationalspieler die nötige Disziplin für die Nummer 6. Damit ist Kimmich einer der Hauptverursacher der Schwäche in der Bayern-Abwehr. Die jüngste Welle kam nach dem Sieg über Darmstadt, 8 zu 0, am vergangenen Samstag. Als ich Kimmich sah, hatte ich fast Mitleid mit ihm, sagte Hamann, nachdem der Bayern-Star gegen Darmstadt bereits nach vier Minuten wegen einer Notunterbrechung vom Platz gestellt worden war. Der Nationalspieler sei derzeit ein unsicherer Mann, heißt es in der harschen Stellungnahme. Er ist seit acht Monaten von der absoluten Startposition entfernt. Ein Spieler, den Guardiola diesen Sommer nach Manchester City holen will. Jetzt hört man sogar Stimmen aus München. Die sich darüber freuen, dass er für den Klassiker gegen Borussia Dortmund gesperrt wurde. Außer Neuer haben sie niemanden. Man braucht Spieler, die den Weg weisen. Kimmich, der sicherlich großen Einfluss in der Kabine hat, wurde vom Trainer abgesetzt. Er ist völlig instabil. Rote Karte im Spiel gegen ihn. Das hat auch Darmstadt gezeigt. Der in den letzten Monaten auch immer wieder von Mario Basler angegriffen wurde, äußerte sich bisher nicht zu den Zurechtweisungen des ehemaligen Bayern-Spielers, fügte Hamann am Donnerstag hinzu. Jidi Hamann hatte Einwände gegen einen Wechsel von Kanne zum FC Bayern. Sieht aus wie ein Fremdkörper-Harmann versteht auch den großen Transfer von Harry Kane in diesem Sommer nicht. Ich werde keine 100 Millionen für einen Spieler zahlen, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft und der 30 Jahre alt ist. Er hat nicht die körperliche Stärke wie Robert Lewandowski. Lassen Sie Kanne im Alter von 32 und 33 Jahren Tore schießen. Das wage ich zu bezweifeln, sagte er, bevor er den Engländer verpflichtete. Von Kanne seien 25 Tore in der Bundesliga zu erwarten, danach könne man sich aber auf Erik Maxim Tchopo-Mutting oder Matistel verlassen, argumentiert der ehemalige Bayern-Spieler. Nachdem Kanne zu Beginn häufig punktete, aber kaum in das Spiel eingebunden war, sah sich Hamann Anfang Oktober in seinen Vermutungen bestätigt. Hamann sagte über Kanne, der in seinen ersten 13 Spielen im Bayern-Trikot an 21 Toren direkt beteiligt war und den besten Start hatte mit 12 Toren. Aus den ersten 9 Spielen eines Ruckis in der Bundesliga-Geschichte Untertitelung des ZDF für funk, 2017